Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschler und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns als Necrolord insgesamt durch zwei Quellen erspielen können. Und zwar der gepanzerte Knochenhof Taurulus. Den bekommen wir zum einen vom Theater der Schmerzen hier in Maldraxxus durch den Rare Sabriel, die Knochenspalterin. Oder durch einen Händler hier in der Ordenshalle oder Paktzentrale, wie ich es so gerne schimpfe, von den Necrolords. Den Rare, wo wir es uns beschwören können oder den wir beschwören müssen, können wir hier über den Animal Conductor bekommen. Und zwar müsst ihr den Animal Conductor auf drei upgraden. Dafür müsst ihr relativ viel Animal ausgeben. Ich glaube Stufe 1 kostet 1000, Stufe 2 5000 und Stufe 3 dann 10.000, also insgesamt 16.000 Animal. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier Animal zum Theater der Schmerzen zu kanonisieren. Und wenn ihr das getan habt, bekommt ihr als Necrolord hier bei dem Quest Hub, wo dann auch die Quest wettet auf euch, ist eine zweite Daily Quest. Und zwar habe ich die hier schon angenommen, auf Krawall gebürstet heißt die. Und dann für diese Quest müssen wir Sabriel umhauen, kriegen zwei Gold. Die müsst ihr auch nicht abschließen, die ist egal. Die ist einfach nur benötigt, dass Sabriel spawnen kann. Und zwar, wie funktioniert das? Ihr habt den Animal Conductor hingeleitet, könnt dann die Quest annehmen, nehmt sie an, geht in das Theater. Und dann müsst ihr hier diese Rares unboxen, bis hier Sabriel spawnen. Wir können mal kurz auf meinem Twink rüberschalten, hier. Und zwar stehe ich da schon im Theater und es sind vier Kugeln in der Ecke. Eins, hier ist eigentlich auch noch eine, zwei, drei. Und zwar ist Asmongal immer hier hinten in der Ecke. Und wenn ihr ihn umgehauen habt, oder ihr nehmt erst die Quest an, haut ihn um, haut dann den Drachen um und dann spawnt Sabriel hier hinten in der Ecke. Und wenn dann einmal der Durchlauf, ne, das geht hier im Kreis rum, rum ist, dann kommt Sabriel runter und könnt sie umhauen. Die Quest müsst ihr nicht abgeben und ihr könnt Sabriel auch öfter beschwören, theoretisch. Ihr kriegt halt nur einmal pro Tag Loot, aber ihr könnt sie theoretisch öfter beschwören. Dafür müsst ihr aber die Quest abbrechen und neu annehmen, sonst funktioniert es nicht. Ich habe das auch mal ein bisschen getestet und habe danach ein paar Kills das Mount hier bekommen vom Boss. Soweit ich weiß, kannst du das Mount mit jedem Necrolord rauslooten. Also ihr müsst auch nicht den Animal Conduct auf drei haben, wenn ihr jemand anderen findet. Im Tool zum Beispiel, bei Benutzer definiert, ist ab und an eine Sabriel-Gruppe drin. Oder ich erstelle unter anderem auch öfter mal eine. Und dann können auch in der Raid-Gruppe die Leute mit Sabriel umhauen. Die, soweit ich weiß, kriegen die anderen Leute von den anderen Covenants nicht das Mount über den Boss. So, die Drop-Chance ist leider noch nicht bekannt. Die wird aber nicht sonderlich hoch sein. Ich schätze irgendwas zwischen 1 und 5 Prozent. Vermute ich mal, für WBH steht zum Zeitpunkt der Aufnahme hier leider noch nichts. Aber selbst wenn ihr da kein Glück habt, könnt ihr als Necrolord das Mount auch beim Händler kaufen. Und zwar seht ihr das hier. Gepanzerter Knochenhuf-Taurerlust gibt es auch beim Händler. Da braucht man dementsprechend zwar ein bisschen Ruhmstufe. Es steht leider nicht mehr dran, wenn man die Ruhmstufe quasi erreicht hat, die benötigt ist, steht es leider nicht mehr dran. Ich bin jetzt, glaube ich, auf Ruhmstufe 28. Wahrscheinlich irgendwie irgendwas zwischen 20 und 28 braucht man dafür. Dann kann man es sich einfach beim Händler kaufen. Ihr braucht dafür aber 5.000 Reservoir-Anima. Das zum einen. Und 100 dankbare Gaben. Und die dankbaren Gaben, die könnt ihr euch ja mit allem erspielen, wo ihr dementsprechend über den Animal Conductor freigeschalten habt. Heißt, sind es Rares, die ihr damit umhauen könnt. Sabrel droppt übrigens auch 3 dankbare Gaben. Giga droppt zum Beispiel 2. Oder auch die anderen Sachen, die man sich mit dem Animal Conductor freischalten kann. Hier die Kiste gibt dankbare Gaben. Hier die Daily Quest geben dankbare Gaben. Hier die, ne, hier oben sind Daily Quests. Hier ist eine World Quest, ne. Also alle diese Sachen bringen dankbare Gaben. Bis auf das Haus der Rituale ist der Zonk. Der bringt euch nur einen Buff und das, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der bringt einfach gar nichts. So. Soweit dazu. Also ihr könnt theoretisch Sabrel schön mit abfarmen. Die anderen Sachen auch. Wenn ihr es gedroppt kriegt, schön. Habt es. Und sonst kauft es euch beim Händler. Finde ich eine relativ schöne Lösung für vielleicht das eine oder andere Mount, wo man sagt, okay, es will halt einfach nicht droppen, dann kann man es sich für die Währung dementsprechend beim Händler kaufen. Finde ich gut. Könnte Blizzard öfter machen, so ein System. Ich würde sagen, wir schauen uns das Mount auch noch an. Gepanzerter Knochenhoftaurerlos lernen wir einmal. Dann haben wir hier. Hier, gepanzerter Knochenhoftaurerlos. Das war gerade All the Things. Das spackt immer ein bisschen. Oder was heißt abspackt? Das macht halt so einen Sound, wenn man was Neues gelernt hat. Das ist immer ganz lustig. So, da haben wir das schicke Mount. Einmal noch Mount Special reingehauen. Ich finde diese gepanzerten Taurerlosse wesentlich geiler als die normalen. Als ich die hier gesehen habe, von den Wachen, wo die die geritten haben, dachte ich mir schon, so eins hätte ich auch schon ganz gern. Die normalen Taurerlosse, die sind ganz okay, aber die gepanzerten, die machen schon was her. Definitiv. Ich hätte gerne einen, so komplett in schwarz. Das wäre cool. So ein schwarzer Taurerlos. Gibt es so einen lilanen noch? Aber mal gucken, vielleicht kommen ja da noch mehr rein. Gut, das ist soweit das, was ich euch sagen kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze ein bisschen geholfen. Nochmal hier die Informationen, Sabri, könnt ihr einmal am Tag umhauen und wahrscheinlich nur als Necrolord das Mount bekommen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mountguide wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.